Sonnenklar TV live vor Ort. Und heute den ganzen Tag ist unser Außenreporter Christian Klump für Sie live vor Ort. Und zwar in Stuttgart auf der größten Publikumsmesse, wenn es ums Thema Urlauben geht. Und jetzt, wenn wir zu ihm schalten, zum Christian, wird es ja magisch werden. Er steht neben dem Magier Thorsten Struttmann. Und ich bin mehr als neugierig, was die beiden jetzt hier gleich fabrizieren werden. Christian, spann uns mal nicht länger auf die Folter. Was passiert denn da jetzt? Ja, liebe Grüße nach München und herzlich willkommen, liebe Sonnenklar TV-Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sind den ganzen Tag auf der CMT. Und Mary, du hast es eben schon gesagt, es wird gezaubert. Es ist magisch. Magie liegt eben in der Luft. Und du siehst es, Sie sehen es auch, der Thorsten Struttmann. Ich freue mich sehr, dass er Zeit hat. Thorsten, du willst ein bisschen zaubern für uns. Ja, ich werde euch was sehr Schönes zeigen. Und man fragt sich ja, warum sind wir hier? Wir sind im Theater in Stuttgart im Römerkastell. Ihr Urlaub vom Alltag. Das ist das, was wir immer sagen. Ich muss jetzt dieses Mikrofon weglegen. Das heißt, ich brauche deins, weil ich brauche beide Hände frei. Also, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer, der Thorsten wird jetzt für uns, für Sie natürlich zaubern. Und es geht um drei. Sind es drei rote Bälle? Das sind drei rote Bälle. Das bleiben drei. Aber ich zeige dir ein ganz schnelles Kunststück, okay? Manche sagen, das sind Golfbälle für Anfänger. Aber das erste Kunststück passiert in zehn Sekunden. Und Achtung. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Von hier nach da. Ich mache es nochmal. Das habe ich jetzt, das ging mir zu schnell. Was sagen Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer? Das war doch viel zu schnell. Mary, du im Studio, hast du das gesehen, wie das funktioniert hat? Gut aufpassen. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Gesehen? Also, ich würde fast sagen, du hast irgendwie magische Hände. Nichts passiert. Nichts passiert. Ich habe nur geguckt, ob du richtig aufpasst. Wichtig ist, Christian, dieser Zauberstab. Und sobald dieser Zauberstab ins Spiel kommt, passieren hier unglaubliche Dinge. Und die Bälle fliegen unsichtbar durch die Luft und erscheinen wieder hier in dieser Scham. Ich mache es nochmal mit den Zweiten. Also bitte. Du siehst ganz langsam, der Ball geht in die Hand, in Wirklichkeit verschwindet er, schwebt durch die Luft und erscheinen wieder hier in dieser Scham. Wie funktioniert das? Mit dem dritten erklärst du dir, wenn ich den Zauberstab nehme, schiebe ich dann ganz schnell den Ärmel hoch. Jetzt läuft der Ball ganz schnell den Ärmel hoch. Manchmal bleibt er hier oben an der Schulter hängen. Ich zeige es dir. Hier ist er. Dann geht er hier rüber, kommt hier unsichtbar raus. Ich nehme ihn, lege ihn unsichtbar einmal hier auf diese Schale, klopfe einmal drauf. Und du wirst es nicht glauben, haben wir hier wiederum eins, zwei, drei Bälle. Du verarschst mich doch. Weißt du, das Beste ist, dass ich mir irgendwann sogar meine Brötchen verdienen konnte. Und die waren dann immer unter der Schale. Liebe Zuschauer und Zuschauer, ringsherum stehen unheimlich viele Gäste hier. Und ja, Besucher der CMT natürlich letztendlich auch. Oh, Scherben. Mary, du weißt es. Ja, liebe Zuschauer, Zuschauer, Scherben bringen Glück. Und natürlich eben auch der Thorsten Strothmann. Erzähl mir mal, wie das alles so angefangen hat. Ja, als Zauberer hat man natürlich als Kind immer Interesse gehabt an Zaubereien mit dem obligatorischen Zauberkasten. Und dann bin ich viel auf Galas tätig gewesen. Ich war im Ausland unterwegs, ich war auf Schiffen unterwegs. Und mein größter Traum war einfach ein eigenes Theater zu machen. Jetzt gehen wir mal zur Seite, lieber Thorsten. Ja, dann sieht man das. Nicht, dass wir hier runterfallen, aber im Hintergrund, da sieht man nämlich so einen Ausriss deiner Lounge. Komm, wir gehen wieder hoch. Ja, und da sieht man eine schöne Lounge. Da kann man vor der Show verweilen mit einem tollen Kronleuchter. Der wird auch in die Show eingebunden. Und hinter dem Vorhang gibt es eine Tribüne. Und das ist das Herzstück. Die Tribüne ist wie ein Atrium-Theater aufgebaut, erhöht. Wir haben nur sieben Reihen. Und ich sage mal, die letzte Reihe ist näher dran als bei anderen Shows die erste. Und da können dann 199 Zuschauer erleben. Magie hautnah, Handwerk, keine Großillusion mit Kästen und Tigern, sondern wirklich mit den Händen gemacht mit Magie. Und du bist hier in Stuttgart. Ich bin in Stuttgart im Römerkastell, Stuttgart-Bad Cannstatt. Und hier auf der CMT stellen wir jetzt seit über zwölf Jahren aus. Und haben immer einen super Erfolg, weil die Leute sagen, Urlaub vom Alltag kann ich gut brauchen. Das würde also heißen, liebe Zuschauerinnen, die jetzt in Stuttgart sind und zugucken und sagen, hey, ich möchte natürlich den Thorsten, den will ich mal so live in Action sehen. Und ich habe die Zeit nicht eben hier an der Messe. Dann schauen Sie doch mal bei ihm vorbei im Theater. Und ich bin mir sicher, auch er wird Sie verzaubern. Was kostet du, eine Karte? Ja, die Karten liegen so zwischen 79 und 99 Euro. Da gibt es noch einen Familientag und ein Strotmanns-Monday ist ein bisschen billiger. Am besten im Internet www.strotmanns.com schauen. Und über die Messe, auch online einlösbar, ist der CMT-Code. Und der heißt CMT23. Also CMT wie die Messe und das Jahr 23. Jetzt wissen Sie natürlich alles. Also es gibt einen richtig fetten Messerabatt. Sieben Prozent, Inflation weggezaubert. Also das hat mich total verblüfft. Und es gibt noch so viel mehr. Es gibt noch was mit Geldstücken. Da hast du gesagt, das könnte ich dir auch noch zeigen. Aber das wäre dann zu aufwendig. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vorhin hat er so ein paar Sachen gezeigt. Auch so hier hinten mit so ein paar Bechern. Das war phänomenal. Ich kann Ihnen eigentlich nur ans Herz legen. Gehen Sie mal zum Thorsten Strotmann. Gehen Sie mal in sein Theater. Aber kommen Sie hierher auf die CMT nach Stuttgart. Das ist die publikumsreichste, die größte Messe weltweit für Freizeit, Tourismus, Caravaning. 1200 Fahrzeuge stehen in sieben Hallen. Zehn sind es insgesamt. 1600 Aussteller. Ja, einer sind wir. Einer davon ist er aus 100 Ländern. Das müssen Sie sich mal vorstellen, was hier alles aufgefahren wird. Und sage und schreibe, das ganze Gelände hat 120.000 Quadratmeter. Also das ist schon eine ganze Menge. Nicht ganz so groß ist da ein schnuckeliges, muckeliges, würde ich fast sagen, Theater. Aber dafür umso spannender. Lieber Thorsten, heute Abend, übrigens, ich habe es ja schon gesagt, steht er im Theater. Um 20 Uhr, live, jetzt noch ein bisschen her. Jetzt noch hier an der Showbühne, an der Kleinen. Und heute Abend steht er bei sich dann im Theater, auf der Bühne. Also, gibt es noch Karten überhaupt? Kommt vorbei, es gibt noch Karten. strotmanns.com, einfach mal schauen. Ich zähle auf euch. Ja, was soll ich da jetzt noch sagen? Ich kann nur sagen, bleiben Sie dran. Wir sind das ganze Wochenende noch hier auf der CMT in Stuttgart. Wir sehen uns morgen mehrmals live hier von der Messe. Und dann muss ich wirklich sagen, schauen Sie immer mal rein. Denn alles das, was es hier zu sehen gibt, das gibt es nirgendwo. Eben nur hier auf der CMT oder bei Sonnenklar TV. So, und wir beide geben mit magischen Grüßen zurück ins Studio. Liebe Meri. Ciao. Tschüss nach München. Ein ganz großes Kompliment an den Thorsten. Ich habe ihm so akribisch auf die Finger geschaut. Und ich habe nicht gesehen, wo dieser zweite Ball herkommt. Geschweige denn das Brötchen. Wenn Sie Lust haben, noch mehr Zauberei zu sehen und wirklich ganz viel Magie zu erleben, dann auf alle Fälle auf die Internetseite von Thorsten Strothmann klicken. Ich glaube, das lohnt sich. Und den Strothmann-Monday nicht vergessen. Wir reisen weiter, liebe Zuschauer. Bei uns heißt es jetzt gleich Schiff, Ahoi. Sonnenklar TV live vor Ort.